Willkommen bei Pimpia Pawprint, dem Video-Podcast rund um ein nachhaltiges Leben mit Hund und Katze. Ich bin Julia und werde hier mit tollen Interviewpartnerin darüber sprechen, wie das Leben mit eurem Vierbeiner grüner werden kann. Heute habe ich Yvonne von Green Pet Food zu Gast. Hallo Yvonne. Hi, Julia. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, Yvonne, stell dich doch einmal kurz vor und sag, wie du zu Green Pet Food gekommen bist. Ja, letztendlich bin ich wirklich schon sechs Jahre bei Green Pet Food am Start. Ich bin Mitbegründer von Green Pet Food, einer nachhaltigen Hunde- und Katzenfuttermarke. Ich habe lange Jahre in den Niederlanden gelebt, International Business studiert, auch sehr viel im Schwerpunkt Social Entrepreneurship gehabt und dann tatsächlich nach dem Studium mich gefragt nach einer sehr prägenden Reise auch nach Peru, wo man sich über die Luxusprobleme der Welt irgendwie auch Gedanken macht, wie ich Nachhaltigkeit auch in meinem Job später integrieren kann. Und bin dann über Green Pet Food gestoßen, gerade so in der Gründung und habe dann wirklich jetzt in den vergangenen Jahren die Marke so mitgeprägt. Mittlerweile mache ich hauptsächlich den Social Media Bereich, die Brandseite und habe eigentlich auch super gerne und ganz viel den Kundenkontakt wie zum Beispiel zu dir. Ja, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau, 2018 war es übrigens. Ich habe es nochmal nachgeguckt und ich habe auch nochmal das Bild rausgesucht, was du damals geschickt hast. Da ist dein Hund Yuki zu sehen. Mittlerweile hast du ja schon zwei, richtig? Genau, einen aus dem Tierschutz noch, ja. Die Lilly. Und ja, wir kennen es tatsächlich schon drei Jahre und über die Jahre haben wir uns wirklich viel ausgetauscht zu allen möglichen Themen, auch im Bereich Nachhaltigkeit über Tiere hinaus, glaube ich. Und in den letzten sechs Jahren ist super viel passiert. Das Thema Nachhaltigkeit ist Gott sei Dank auch Mainstream mittlerweile geworden oder gehört zum guten Ton, dass sich jede Firma darüber Gedanken gemacht hat. Aber tatsächlich waren wir so einer der allerersten, wir sind jetzt irgendwie keinem Trend oder so gefolgt, die diese Thematik bei Hunde- und Katzenfutter angewendet haben. Auf der einen Seite haben wir gesehen, Hunde- und Katzenfutter wird so viel Fleisch reingesteckt. Da war eigentlich immer der Tenor mehr ist mehr. Thema Barf war auch echt groß im Kommen. Thema Prey. Ja, total. Ich weiß nicht, kennst du Prey eigentlich? Viele, die ich frage, kennen das gar nicht. Ja, der Prey ist das tatsächlich, dass man dann, also im Gegensatz zu Barf, dass man nur Fleisch verfüttert und auch nur an bestimmten Tagen. Und auch das ganze Tier, also da werden wirklich Kaninchen in die Badewanne geworfen und der Chihuahua darf sich dann dran laben. Ja. Und also Yuki wäre wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert, wenn es das in der Badewanne vorfinden würde. Yuki, muss man dazu sagen, ist ein Jorki-Mischling, also ist wahrscheinlich kleiner als ein Hase. Ja, das wäre durchaus interessant. Genau. Aber mein Hund, mein Wolf, diese Thematik kam da extremst auch zu der Zeit auf. Und wir waren wirklich eine Gruppe von Leuten, die eigentlich schon aus der Vergangenheit sich mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat. Auf der einen Seite irgendwie den Kleiderschrank dezimiert hat, plastikfrei versucht hat zu leben. Und auf der anderen Seite schaust du halt irgendwie runter zur Katze und sollst ihr da möglichst viel Fleisch, so wurdest ihr zumindest suggeriert, in den Napf packen. Und das war für uns irgendwie paradox. Und wir haben dann angefangen mit vegetarischem Hundefutter, beziehungsweise zunächst haben wir auch wirklich fleischreduziertes Futter gehabt. Und gesagt, naja, ernährungsphysiologisch macht auch das Sinn, weil der Hund kann vegetarisch ernährt werden. Er braucht nicht Fleisch, er braucht Protein, aber das kann auch über pflanzliche Zutaten kommen. Und ja, ich meine, die anderen Konzepte sind jetzt wirklich nicht zu verwerfen, im Sinne von, dass die den Hund nicht richtig ernähren. Das wäre gelogen. Aber wie gesagt, mit dem Bestreben, dass irgendwie manchmal weniger mehr ist, sind wir da drangegangen und haben tatsächlich mit vegetarischem Hundefutter gestartet. Hatten so ein bisschen die Sonderposition, also belächelt wurden wir ganz, ganz oft. Wahrscheinlich auch immer noch teilweise. Ja, und auch einfach in Frage gestellt, was wir denn da versuchen auch. Wir haben mit vegetarisch gestartet, irgendwann sind wir übergegangen, auch noch nach weiteren alternativen Proteinquellen zu suchen, sind dann auf Insekten gestoßen. Haben dann aber, und ich meine, wir haben uns ja auch über Instagram damals wirklich kennengelernt, in the making. Einfach viel auf Kunden versucht zu hören, die selbst vielleicht Vegetarier, Veganer waren, aber sich bei der Hundeernährung nicht so sicher waren, ob das wirklich so klappt. Genau, da ist man halt, also ich war ja Vegetarierin und habe es beim Hund immer ausgeschlossen. Wir haben auch immer nach Futter gesucht, wo so 70, 80 Prozent Fleisch drin sind und vegetarisch beim Hund, das habe ich einmal gegoogelt und dachte so, das war dann bei gute Frage.net. Und ich dachte so, was ist das jetzt für ein Quatsch? Man hat ja erstmal so ein paar Vorurteile im Kopf und dann habe ich mich halt weiter damit befasst und dann bin ich tatsächlich bei euch gelandet. Einfach, weil ihr auch so viele Artikel angereicht habt und so viel auf so einer Basis aufgebaut, wo ich mich dann halt wirklich damit befassen konnte und natürlich dann auch euer Futter ausprobiert habt. Das kann ich auch richtig sagen an dieser Stelle, also das wird nach wie vor gern gegessen. Ja, aber eure Mission quasi ist dann, dass man die Haustierhaltung dann irgendwie nachhaltiger machen kann. Also das ist euer Ansatz. Genau, also es geht uns wirklich da um nichts Dogmatisches, sondern Information bereitstellen. Wir sehen uns auch ganz klar in der Form des, also wir sind auch selbst ein Team an jungen Frauen, die wollen alles wissen, alles verstehen. Wir reden mit unglaublich vielen Leuten. Wir sind auch bewusst auf Leute wie dich zugegangen. Kunden haben gefragt, wie sieht es denn aus, was braucht ihr von uns, um da irgendwie auch ein Verständnis zu schaffen. Und ich glaube, das ist dieses Zusammen, sich irgendwie auf eine Reise zu begeben, um da das zu verstehen. Ja, jetzt haben wir schon viel über Hunde gesprochen. Du hast ja selbst zwei Katzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Genau. Jetzt, wenn jemand fragen würde, wie kann man denn das Leben nachhaltiger machen? Jetzt vielleicht auch aus der Sicht als Katzenbesitzerin, was gehört da alles zu? Ja, erst mal war es natürlich, ich hatte als kleines Kind einen Hund, aber Katzen begleiten mich tatsächlich jetzt schon zehn Jahre. Da war ich ein bisschen traurig natürlich am Anfang, dass wir erst nur Hundefutter hatten. Aber mittlerweile haben wir auch Katzenfutter. Beim Hund geht es halt vegetarisch, bei der Katze ist das ein Problem. Und hinsichtlich Insekten war auch dann lange in Diskussion, fressen die das überhaupt? Also Katzen sind halt sehr mäglich, ne? Habe ich schon mitbekommen, ja. Hast du schon mitbekommen? Und Insekten funktioniert. Und was wir auch bei Hund haben, ist das sogenannte Tierwohlfleisch, sprich Fleisch aus Haltungsbedingungen, zwischen bio und konventionell. Da werden wir in anderen Folgen vielleicht auch noch drüber sprechen, was es damit auf sich hat. Aber auch da ging es um den nachhaltigen Ansatz, alle irgendwie so ein bisschen mitnehmen. Kunden, die es sich dann auch leisten können, diesen Mittelweg. Aber auch Landwirte, die das gut stemmen können, weil Bioauflagen meistens auch recht teuer sind. Genau. Und das haben wir jetzt dann tatsächlich auch in Katzenfutter eingegliedert. Und da bin ich eigentlich ganz happy, dass wir da auch einen Weg gefunden haben, da den Samtfonden, den ersten Schritt da irgendwie zu geben. Generell nachhaltige Haustierhaltung, das ist ja nicht nur Futter. Das ist natürlich eigentlich den größten Hebel, den man in dem Sinne erstmal hat. Es gibt auch schon diverse Studien. Der TU Berlin, die zum Beispiel eine gemacht hat, spezifisch jetzt zum Hund. Die Schweizer ESU Service, das Institut, hat auch zu Ökobilanz Haustiere allgemein was gemacht. Und ja, der größte Hebel ist tatsächlich das Futter. Beim Hund sind es rund 60 Prozent, wo das Futter die Klimawirkung ausmacht. Bei der Katze 50, deswegen haben wir da als erstes beim Futter angesetzt. Ist aber jetzt längst noch nicht alles. Man guckt dann auch noch auf rund 30 Prozent, was die, ach Gott, sagt er schnell, die Pflege macht den Rest auf jeden Fall aus. Und die 30 Prozent, die Fehlenden. Ah, mein Gott. Futter, Pflege, das ist was. Danke. Man mag es gar nicht glauben. Ja, die gibt es ja auch zu Genüge bei Instagram zu sehen. Ja, ich weiß nicht, wie viele, oh jetzt muss ich dich vielleicht outen, wie viele Leinen haben Yuki und Luna? Lili meinst du? Lili, Lili. Wie viele haben Yuki und Lili? Zwei Schlepplein auf jeden Fall und ich würde so sagen vier bis fünf Führlein. Aber manche davon sind auch schon kaputt gegangen. Also ich benutze sie dann auch, bis sie auseinanderbrechen. Bis sie auseinanderbrechen. Ja, und das ist halt so die Frage, wenn man sie braucht, alles in Ordnung, wenn die verschiedene Funktionen haben, alles gut. Aber diese Frage, muss es immer die neueste Leine sein? Kann es vielleicht auch eine gebrauchte sein? Vielleicht macht es auch Lust, auf dem Flohmarkt da mal nach welchen zu schauen oder auf Überkleinanzeigen oder mit Freundinnen zu tauschen? Oder auf Instagram. Also da habe ich auch oft schon gebrauchte Sachen gekauft. Stimmt. Also da in dieser Community, in dieser Hundebubble, da kann man sich auch manchmal ganz gut austauschen, wenn das dann doch nicht so passt. Ja, und es ist ja schön, dass solche Netzwerke da solche Möglichkeiten schaffen. Und das ist auch da, wo wir ansetzen. Es muss irgendwie im Alltag integrierbar sein. Es muss auch Spaß sein. Also es macht nichts, wenn man sich da irgendwie so dröge durchkämpft. Aber man soll einfach anfangen, die einzelnen Bereiche, Futter, Pflege, Accessoires zu hinterfragen. Und so sich langsam vorzutasten, wo man vielleicht was umweltfreundlicher gestalten könnte. Oder es ist halt auch nicht immer nur das Klima, sondern es sind auch solche Sachen wie das, was wir mit dem Tierwohl haben. Thema Ethik und Moral. Kann ich da vielleicht andere Alternativen finden, die besser zu diesen Nachhaltigkeitsgedanken passen? Ja, und vor allem auch immer wieder Dialoge anzuregen. Also das finde ich auf Instagram oder wie ihr das auch macht. Also einfach drüber zu sprechen, das ist ja auch schon mein erster Schritt. Weil wenn dieser Gedanke einmal da ist, bleibt es ja zumindest bei mir immer so im Hinterkopf. Das hatte ich am Anfang so. Okay, vegetarische Hundernährung, Nachhaltigkeit bei Tieren. Hä? So, okay, gut. Es ist ja erstmal ein großes Fass so. Und wenn Leute fragen jetzt so, okay, aber bei dir verstehe ich das ja noch. Aber warum dann jetzt auch beim Haustier? Also so groß kann der Einfluss ja nicht sein. Ja, man vertut sich ein wenig. Also wenn man wirklich mal auf Zahlen guckt und wir sind echte Bauchmenschen. Wir schauen aber immer, was sagen die Zahlen und auch Wissenschaft dazu. Auch unsere Rezepturen werden ja mit Ernährungswissenschaftlern überlegt. Die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht als International Business Student. Passt nicht, ne? Ne. Auf jeden Fall glaubt man halt, dass dieser Einfluss recht klein ist. Aber tatsächlich ist es so, also ein deutscher Bundesbürger hat so 11 Tonnen CO2-Emissionen, die er im Jahr so emittiert. Ein Hund, und da ist auch diese Studie von dem Schweizer Institut, die darüber schreibt, ist so roundabout eine Tonne und die Katze so 0,4. Das klingt jetzt immer nochmal nicht viel, weil, naja, aufs Jahr gerechnet und vom Bundesbürger ausgehend macht das nicht viel aus. Wenn man dann aber auch noch guckt, so, dass der Klimarat eigentlich, der hat mal so eine Art Klimabudget errechnet und darauf basierend hätte eigentlich jeder von uns, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen würden, nur 2,7 Tonnen im Jahr, wenn man das dann wieder sieht mit dem Hund, dann wird es halt knapp so, ne? Dann muss man in beiden Bereichen fast schon zu 50, zu 50 Prozent gucken, wo man was tut. Deswegen ist es nicht so, ist kein Luxusproblem, ne? Klar sagen viele, ja, aber fang doch erstmal bei euch an. Nicht immer aufs Tier, aber ich glaube einfach, wenn man da anfängt, kannst du ja nicht in anderen Bereichen einfach aufhören. Richtig. Vor allem, es geht ja gar nicht immer darum, dass man gleich alles irgendwie perfekt macht und so von heute auf morgen umstellt. Wir hatten ja auch schon mal, ich glaube, ich hatte mal eine Diskussion, wo es dann hieß, ja, ich habe einen vegetarischen oder veganen Tag in der Woche, könnte ich mir auch für meinen Hund vorstellen. So, das sind ja erstmal dann vielleicht Kleinigkeiten, die ja auch schon was bewirken. Und dieses, ich musste mal gleich alles perfekt machen, damit es einen Effekt hat, ist ja sowieso die falsche Herangehensweise. Es geht ja darum, dass man halt sich Gedanken macht, zuhört, sich informiert und dann guckt, was kann ich davon gebrauchen? Und ich sage mal, bei Futter wird es einem dann ja jetzt irgendwie auch ein bisschen leichter gemacht. Das Angebot ist da, ich muss nicht mehr selbst mich da reinfuchsen. Ich habe keine Ernährungswissenschaften studiert, also wäre das wahrscheinlich auch nicht so fair dem Hund gegenüber. Ja, aber ich kriege es ja immer wieder mit, dass das irgendwie suggeriert wird, wenn ich auf Nachhaltigkeit achte, dann leidet mein eigenes Tier darunter. Und das ist ja irgendwie etwas, was mich persönlich immer so ein bisschen angreift, weil niemand möchte sein Tier schlecht behandeln oder irgendwie unterstellt bekommen, dass man jetzt Nachhaltigkeit vorschiebt. Und da muss man ja eigentlich keine Kompromisse machen. Es ist auch so, gerade dieses, also viele kommen auf uns zu und sagen auch, keine Ahnung, A, ihr seid auf den Trend aufgesprungen. Ja, dem kann man wirklich nur sagen, da haben wir uns schon vor einiger Zeit Gedanken drüber gemacht. B, das ist auch der Grund, warum wir bei Katze zum Beispiel noch nicht vegan sind. Und auch darüber sprechen wir in anderen Folgen nochmal. Wir könnten es biegen und brechen, wir wollen, wir würden das wahrscheinlich mit Hunderten von Zusätzen ganz gut auch irgendwie hinbekommen. Aber da sagen wir einfach wirklich im engen Austausch auch mit Experten, das ist Status Quo, ist die Katze noch nicht so lange domestiziert wie der Hund. Das lassen wir erstmal bleiben. Wir schließen nie etwas aus. Ja, also wir sagen nie, nee, machen wir nicht so. Wir halten das einfach immer im Blick und gucken, was ist die aktuelle Lage. Das wird sich jetzt vielleicht nicht in den nächsten ein, zwei Jahren geben, aber wir denken wirklich an nächsten 10, 20, vielleicht nach uns noch Generationen und das ist uns einfach wichtig, dass wir da dranbleiben. Ja, und dieser Whataboutism, dieses, ja, aber wenn ihr das doch macht, dann könnt ihr ja das nicht machen, also im Sinne von, wenn ihr, zum Beispiel wir haben noch Kunststoff bei uns in der Verpackung, ja, und dann sagt halt einer, ihr könnt euch ja nicht nachhaltige Marke bei euch draufschreiben. Es ist aber ein Schritt und wir haben da noch einen guten Grund für uns, warum wir das noch so tun und es ist wirklich eher dieses Lernen. Ja, und das sind ja manchmal auch diese Baby-Steps oder jetzt auch, ich denke mal in der Produktentwicklung muss man ja auch einfach einen Standard erfüllen. Es gibt ja, es wird ja geprüft, dass man das da irgendwie immer auch kontrollieren lässt oder genau, dass man da auch Grenzen setzt. Jetzt bei der Katze war das ja ein Beispiel, dass man sagt, gut, die Studienlage gibt es einfach nicht her, dass eine vegane oder vegetarische Ernährung möglich ist oder ohne Bedenken möglich ist. Also da zieht ihr dann schon die Grenze. Ja, ganz klar. Also wir machen nie was, wo wir uns auch nicht sicher sind. Auch das Vitamin D in Veggie-Dog ist nach wie vor ja nicht vegan. Auch immer ein großer Kritikpunkt in dieser veganen Bubble. Das stimmt. Und auch dieses, wie ich gerade sagte, dieses bisschen, ja, warum ist das denn nicht so, warum macht ihr das nicht einfach so? Es hat seine Gründe und wir geben die auch immer ganz transparent offen, warum das so ist. Aber wir sind ja schon auf einem guten Weg. Und wie du sagst, wenn es mal ein Veggie-Tag ist, wir haben zum Beispiel auch viele Barfer, die in der Tat dann auch spiegeln, ich fütter das als Leckerli oder ich mache mal einen vegetarischen Tag einmal in der Woche zur Entlastung der Organe. Und das sagen wir ja toll. Da sagen wir nicht, oh ja, stell lieber mal ganz um, sondern cool, finden wir gut. Ich glaube, da ist auch niemandem mitgeholfen, wenn man das dann abtut, so nach dem Motto, ja, aber sonst fütterst du ja noch das und das, das ist schlecht und mach es lieber ganz richtig. Ich habe zum Beispiel damals auch angefangen, dass ich, man ist sicher anfangs, vor allem, ich weiß jetzt nicht, vor vier, fünf Jahren war es ja immer noch ein bisschen nicht ganz so populär. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass man schon mal im Fernsehen darüber gesprochen hat, dass man irgendwie schon mal irgendwo Berührungspunkte hatte. Und ich habe damals auch angefangen, das erst mal als Leckerli zu geben. Und dann habe ich so nach und nach das reduziert und auch wirklich dann geguckt, so wie geht es ihm damit? Und es ging ihm irgendwie besser. So kann natürlich auch an anderen Faktoren liegen. Aber ich hatte da einfach dann auch ein gutes Gefühl. Und dadurch, dass ich immer so mit euch im Austausch war, auch nicht irgendwie, dass ich damit alleingelassen werde oder dass irgendwas unkontrolliert oder unsicher ist. Also ich habe mich da mal sehr gut mit gefühlt. Das ist tatsächlich etwas, was wir immer vorne vorstellen, dass es dem Tier gut geht. Und deswegen gibt es halt Entscheidungen wie das nicht-vegane Vitamin D oder kein veganes Katzenfutter, weil das immer an erster, erster Stelle stehen wird. Und wir tatsächlich auch immer fragen, wie es dem Hund geht mit unserem Futter oder der Katze. Ich habe auch schon viele Tränen verdrückt, wenn der eine oder andere Hund gestorben ist. Deswegen, wir sind da sehr, sehr nah dran. Und das wird immer unser höchstes Anliegen auch sein. Und zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, also jetzt nochmal zu dem Schwenk zu meinen Katzen zu kommen und ein nachhaltiges Leben. Ich höre extremst gut auf meine Katzen, wenn die, ich habe denen früher so viele Möbelchen gekauft und Kistchen und weiß ich nicht was, ja. Und die haben das alles links liegen lassen. Und deswegen sind die eigentlich schon nachhaltig aus sich raus. Wahrscheinlich eher aus Vorheit als sonst irgendwas. Aber oft sind es wirklich, oft haben wir das Gefühl, dass wir unser Tier mit Konsumgütern auch irgendwie überfrachten müssen, dass sie damit glücklicher sind. Aber manchmal sind es halt echt die wirklich, wirklich einfachen Dinge. Und das versuchen wir auch immer verstärkter auch bei uns mit aufzunehmen, ganzheitlich halt dieses Leben zu betrachten. Deswegen findest du auch super oft, ich glaube, ein paar Kekse hast du auch schon mal gebacken. So was wie Rezepte für Leckerli oder wie man für die Katze irgendwie aus dem alten T-Shirt ein Mietshaus machen kann. Und ja, das sind so Themen, die wir halt ganzheitlich dann aufspannen um das Tier und Tierleben rum und rum. Ja, also ich, was du gerade sagtest, mit deinen Katzen sortieren das aus. Finde ich übrigens, also finde ich mega gut, weil die Tiere trainieren ja schon so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl immer, dass egal welches, also ich habe zum Beispiel so ein Faible, so süße Plüschtiere zu kaufen für die Hunde. Für die Hunde. Ja, für die Hunde, das ist voll mein Ding eigentlich. Denen ist das egal. Die spielen mit Socken. Der dreckige Ball, der seit Monaten im Garten rumliegt, das ist immer noch das Ding so. Es sind so zwei, drei Spielsachen, die wirklich gut sind und der Rest ist eigentlich so, ja okay, ganz nett, so fünf Minuten Freude, aber eigentlich brauche ich es nicht. Und ich bin dann immer so, ja okay, hätte es nicht kaufen müssen, ist eigentlich dumm gewesen. Und mittlerweile, also manchmal, ich meine, wir wollen ja auch nicht die absoluten Spaßbremsen sein, ne? Manchmal möchte man auch, hat das Gefühl, dann dem Tier auch was Gutes zu tun. Ich glaube, das ist immer so ein Abwägen, ne? Inzwischen freue ich mich da jetzt vielleicht auch nochmal drüber, brauche ich es wirklich oder kann ich das vielleicht auch irgendwie anders lösen? Wie machst du das? Also gibt es jetzt hauptsächlich erstmal Sockenbräuch zum Spielen oder sind es doch noch vermehrt die Flüchtierchen? Socken und Trockenbrot, ja. Ne, also Socken, wenn ich die mal aussortiere oder so, dann werden die zur Verfügung gestellt. Ich habe auch schon eine Box gemacht mit den Spielsachen geguckt, welche noch so in Ordnung sind. Habe auch schon mal welche dann, ja, verkauft oder irgendwie verschenkt. Irgendwie muss man das ein bisschen reduzieren und vor allem ja auch selbst so eine kleine Sperre, ja, selbst erteilt, weil ich dazu neige, wenn ich irgendwie jetzt, ja, bei einer Zoohandlung bin, dass ich dann doch nochmal schaue, ob es vielleicht was Neues gibt, was jetzt irgendwie zu gebrauchen wäre. Aber, ja. Das Angebot ist ja auch groß, ne? Ja, schrecklich. Wahnsinn. Also es ist echt, es wird auch immer mehr gefühlt. Als ich für Yuki noch die Welpensachen gekauft habe, da gab es so blau und schwarz und rot oder so an Geschirr und Näpfen. Und mittlerweile gibt es ja irgendwie, ne, rosa natürlich, aber alles in grün und getöpfert und aus Keramik und Emaille und benähte Hundeleien. Es gibt ja alles Mögliche. Genauso bei Katzen, diese schicken Kratzbäume aus Echtholz und so. Also man kann da viel Geld lassen. Macht irgendwo ja auch Spaß, wenn man was fürs Tier kauft. Ist ja irgendwie auch immer was für mich. Ja. Aber, ja, da muss ich mich zum Beispiel manchmal selbst ausbremsen, weil es ja auch nicht so super nachhaltig ist, jetzt alle zwei Monate irgendwie Neuspiel-Sachen zu kaufen. Ja. Das Tier hat mittlerweile wirklich einen Stellenwert und gar nicht als Kindersatz, aber als einfach vollwertiges Mitglied einer Familie. Und dementsprechend wird es auch was Gutes getan. Das ist in einer Richtung natürlich auch sinnvoll, auch hinsichtlich Futter, sich da Gedanken zu machen, denn du bist, was du isst. Wenn du Gutes reinsteckst, dann kommt auch Gutes raus. Sehr Gutes, ja. Ja, sehr Gutes. Kompakt zum Kleinen. Und auch mit Accessoires. Natürlich möchtest du, dass gute Produkte du auch verwendest. Und das ist auch möglich, weil, was wir auch sehen, dass auch in diesem Bereich Pflege und Accessoires ganz viele nachziehen und auf nachhaltige Materialien Wert legen, wie du gerade auch schon sagtest, aus Holz oder aus Filz, aus Bambus. Da kommt wirklich schon viel nach und das Angebot wird größer. In der Tat kann man viel selbst machen oder halt sich auch leihen oder tauschen oder gebraucht kaufen. Ja, man muss nur ein bisschen die Augen offen halten und manchmal diesen Impuls widerstehen, gleich etwas zu kaufen. Manchmal auch eine Nacht drüber schlafen, wenn es hilft. Genau. Jetzt habe ich noch eine... Warte mal. Ja. Hast du denn sonst noch einen Tipp für die Community, also so in Bezug auf schnelle, kleine Tipps für den Alltag, die man jetzt relativ unkompliziert umsetzen kann? Wenn man wirklich mal, wir haben jetzt so dieses Drei-Säulen-Prinzip aufgerissen, was man auch in den nächsten Folgen irgendwie so ein bisschen weiter verfolgen kann, dann ist es ja Futter, Accessoires und Pflege. Bei Futter ist halt ganz klar, ja, zu schauen, muss das sein? Viel Fleischanteil, ja, nein. Da lohnt es sich tatsächlich auch mal nachzufragen. Manche fragen auch uns zum Beispiel direkt, warum ist da denn jetzt dieser und jener Prozentsatz drin? Warum macht ihr da nicht wie viele andere einen Sticker drauf? 95% Fleisch? Da einfach mal in sich zu gehen und zu fragen, hey, jeder hat einen Nährstoffbedarf, Mensch wie Hund und Katze. Muss das wirklich sein oder informiere ich mich sofern und weiß dann auch, was mein Hund wirklich an Nährstoffen braucht und fütter ist dementsprechend? Vielleicht auch mal das Leckerli, wenn es denn von Nöten ist, auch mal für Training oder für Belohnung selbst machen. Da findet man zum Beispiel auch bei uns ganz viele Rezepte zum Thema Pflege. Da zählt zum Beispiel auch der Besuch beim Tierarzt. Fahre ich vielleicht auch mal mit dem Fahrrad hin mit meinem Hund oder laufe? Muss es mal das Auto sein? Das sind echt so ganz kleine Überlegungen, die man da irgendwie anstellen kann. Und bei Accessoires ganz klar und da haben wir jetzt auch gerade drüber gesprochen, dieses, okay, kaufe ich das jetzt eher für mich? Kaufe ich das wirklich für das Tier? Und da kann man tatsächlich auch der sehr einfachen Konsumpyramide, die es ja gibt, nutzen. Findet ihr zum Beispiel auch bei uns auf dem Blog, den Link machen wir auch in die Shownotes, wo es darum geht, was habe ich denn schon? Habe ich vielleicht viel? Und was kann ich vielleicht auch mal anders nutzen? Kann ich es mir leihen von einer Freundin? Kann ich es vielleicht tauschen auf so Börsen wie nebenan.de oder ebay-kleinanzeigen? Dann, wenn man natürlich fingerfertig ist, kann man es auch selbst machen. Man kann es dann gebraucht kaufen und wenn dann immer noch ich möchte es haben, mein Hund oder meine Katze braucht es auch, dann sollte es man sich auch mal kaufen. Da vielleicht dann darauf achten, dass es Manufakturen sind, die auch Nachhaltigkeit bei sich integriert haben. Vielleicht, es gibt auch Hersteller, die nehmen zum Beispiel Lederreste aus der Industrie und machen daraus dann nochmal Accessoires. Also da gibt es wirklich ganz spannende Anbieter. Einfach ein bisschen stöbern und schauen und wie du sagst, gerade so Plattformen wie Instagram sind da gerade prädestiniert, auch die zu finden und fragen. Immer fragen, was andere machen und überlegen, ob das vielleicht für einen selbst passt, ob man es einfach mal probieren möchte, weil ja, es ist immer der erste Schritt und es verlangt keiner, das von Anfang an, man das 100 Prozent perfekt macht, weil sowas gibt es auch eigentlich nicht. Ja, das ist Druck, der irgendwie künstlich hergestellt wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach anfängt, drüber nachzudenken. Das ist doch eine schöne Botschaft, so am Ende. Einfach kleinen Anfang, weitermachen, austauschen, informieren, Podcast hören. Genau. Und ja, seinen eigenen Weg finden. Ja, vielen Dank, Yvonne, für das nette Interview. Ja, danke, dass ich jetzt mal offiziell hier mit dir auch noch mal quatschen durfte. Wir haben uns sicherlich noch an anderen Stellen dann wieder über Instagram das ein oder andere auszutauschen. Auf jeden Fall. Aber ja, schön, dass ich hier sein durfte und dich sieht man ja in der Tat dann noch in den nächsten Folgen. Genau, in der nächsten Folge sprechen wir über den CO2-Fotenabdruck. Wenn euch das interessiert, dann schaltet doch gern wieder ein, sagt es weiter und abonniert Pimp Your Pawprint. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.